Ein herzliches Hallo von mir an euch! Ihr seht, was passiert. Wir spielen Spirit! Und zwar ist es bei der ersten Runde mit dem Gespenst. Soll ich... Oh Gott! Es ist niemand dort hinten, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man sie spielt. Da ist jemand. Ich kann phasen. Schade, sie ist drin geblieben. Oh, das ist gar nicht so einfach! Okay. Das Geräusch, wenn ich wieder phasen kann, klingt ein bisschen wie so eine eingefahrene Dampflok. Man muss mit ihr aber phasen. Sie ist halt so langsam. Ich habe es gehört! Wie du hier gearbeitet hast. Auch zu klickern. Oh, die Kate ist noch hier. Woo! Was worth it! Aber wir müssen aufpassen. Klicky, klicky Felix ist noch hier. So, an welchem Gen wird halt gearbeitet? Kann ich jetzt halt auch mal gucken. Keine Ahnung. Kate steht schon wieder. Puh! Ja, Mann. Gar kein Gen war der gearbeitet. Ich habe übrigens mit Spirit nur Mistpercs. Die Obsession müssen wir leben lassen. die Obsession müssen wir leben lassen, denn ich habe Hass dabei. Aber wir können sie aufhängen. Da hatte sie auch fast Glück, dass ich hängen geblieben bin. Mist. Egal. Wir treten hier dagegen. Egal. Ich freue mich über jeden Facewalk, der klappt. Und wir hatten schon einen Facewalk, der geklappt hat. Er ist hier drin. Ich habe ihn gesehen. Oh, knapp, 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 knapp. Ist noch wer? Ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand? Die müssen halt eigentlich erst weg. Ich kann ihn hier nicht aufheben. Ich kann ihn hier nicht aufheben. Weil dann ziehen die die Palette? Warte, nehmen wir ihn. Er liegt nicht in der Palette. Wow! Danke, Leute. Schaffen wir es bis dort hinter? Oh, das wird schwer. Wir sind so langsam. Er kämpft nicht mehr! Doch. Da sind sie. Äh. Da ist Kate. So, sie wird springen. Was? Das ging daneben! Das sehe ich nicht ein. Kette. Klicki, klicki. Tja, das bedankt dich bei Felix. So. Wir machen mal auch noch die Palette weg. Ähm. Wo ist jetzt klicki, klicki? Hä? Warum sehe ich die? Hä? Warum habe ich die gesehen? I don't understand. Egal. Habe ich irgendwas dabei, dass ich die... Hä? Habe ich ein Add-on dabei? Mal sehen. Wird knapp. Wir haben einen Haken sabotiert. Die Spuren. Die bösen Mates. Aber hat es funktioniert? Wir gehen dort gucken. Katzspuren. Nein. Ich habe dich gehört. I'm sorry, Kate. Ich lasse Kate mal liegen. Eigentlich möchte ich nicht tunneln. Die Felixe sind ein bisschen anstrengend. Ähm. Die Obsession, wie gesagt, lassen wir uns zum Schluss. Eigentlich finde ich es auch gemein. Die macht so eine gute Arbeit. Und das Ding ist, ich kenne ihren Namen von Twitch. Ich habe so ein kleines... Ich möchte sie eigentlich nicht morien. Aber ich habe Hass dabei. Also eigentlich, wenn wir sie bekommen am Ende, muss ich sie morien. Sonst brauche ich nicht Hass mitnehmen, wenn ich es nicht nutze. Die müssen hier irgendwo gewesen sein. Da ist jemand. Da ist wieder die verletzte Kate. Wenn ich sie jetzt kriege, dann kriege ich sie. Diesmal geht sie weiter. Er hat sie sterben lassen. Dann bekommt Sarah am Ende von mir aus die Hedge. Aber das waren komische Leute, muss ich sagen. Das waren sehr komische Leute. So, aber wo ist... Wo ist Sarah? Minus Sarah. Also, liebe Grüße, falls du das hier siehst. Ich kenne deinen Namen von Twitch. Wir kennen uns eigentlich nicht. Oh, mein Gott, bin ich jetzt erschrocken. Oh, erschreck mich nicht so. Da ist sie plötzlich vor mir. Ich habe gerade noch gesagt, liebe Grüße. Die andere ist auch hier. Ja. Sie springt. War knapp. War knapp. Muss ich sagen. Ähm. Wir haben noch die andere Kate irgendwo. Jetzt ist sie geheilt. Ich habe halt wirklich meine Fähigkeiten nicht richtig genutzt. Ich habe... Wie heißt das? Pfad der Folter? Überladen habe ich dabei. Durch dringendes Zittern habe ich auch nicht so richtig aufgepasst. Jedes Mal. Wir haben auch noch drei Gents zu machen. Und halt Hass. Oh. Oh. Wird shaming. Nee, das ist sie. Nicht tunneln. Da ist die andere. Nicht tunneln. Also ich... Ich versuch's, okay? I can't promise. Sie geht zur Palette. It's okay. Okay. Wir hatten die andere Sarah... Die andere Kate... ...hatten wir nicht am Haken. Ich habe ja immer gesagt... ...hä? Doch, sie war doch am Haken, oder? Warum zeigt mir das... Nee, hä? War sie am Haken oder war sie nicht am Haken? I'm not sure. So. Was ist die Frage? Finden wir die Luke? Oder findet sie die Luke? Keine Ahnung, wo sie sein könnte. Hm. Hm. Wenn sie die Luke bekommt, bekommt sie die Luke. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Aber ich habe nun mal Hass dabei. Die Luke muss halt hier eigentlich sein. Ja. Luke ist hier. Ist okay. Warum trollst du mich? Ich habe dir nichts getan. Warum? Ja. Erste Runde Spirit. Wir haben es geschafft. War gar nicht so schlecht. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, dass ich die Null hinbekomme. Aber ich muss sagen, die Felixe, die waren ein bisschen doof. Also die sind mir immer ins Messer gerannt. Gut für mich. Aber nicht so gut für die. Und Punktzahl voll cool. Voll cool. Ich freue mich, dass ich aber diese Runde hinter mir habe. Ich habe echt ein bisschen Sorge gehabt, dass ich die nicht gespielt bekomme. Weil sie immer so schwer aussieht. Und ich finde sie auch nicht so einfach. Aber es hat Spaß gemacht. Es ist besser gelaufen, als ich erwartet habe. Wirklich. Deswegen, ich freue mich. Dabei habe ich auch nur Scheiß-Perks mit ihr. Ich muss definitiv noch ein paar Punkte in sie semmeln. Damit wir da auch mal ordentliche Perks bekommen. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Wir können in Zukunft Spirit auch im Stream spielen. Ich freue mich. Und ihr euch vielleicht auch. Ich verabschiede mich jetzt aber aus dieser Runde. Habt noch einen tollen Tag. Bis ganz, 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 ganz bald. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.